Jo, was geht? Neues Video. Wir sind immer noch in Kroatien. Wir haben uns ein bisschen Ruhe gegönnt, vor allem nicht mir mit den Füßen. Für den heutigen Tag ist geplant, wir gehen an die 7, 8, 9 Meter Klippe, werden noch die 15 Meter Klippe danach abchecken. Und wenn es sich zeitlich ausgeht, werden wir das Mini Tramp auf einen 6 Meter Wasserfall stellen. Dort haben wir super Anlauf, viel Platz fürs Tramp und sollte eigentlich super funktionieren. Innerhalb der letzten Tage sind noch einige Leute gekommen, die ganze Gang am Start. Sag mal hallo Thomas. Hallo Thomas. Ihr seid ja richtig, richtig spät erst angekommen gestern. Ja, das war eine wilde Fahrt. Wir sind um 6 Uhr bei mir in München losgefahren, dann gute 7 Stunden. Doch um halb zwei waren wir da. Aber jetzt endlich da, schönes Wetter. Bist schon heiß auf den ersten Sprung. Ich habe richtig Bock und ja, ich kann es kaum erwarten ins Meer zu springen. Dann sehen wir uns bei der Klippe. Hau rein. Die Jungs machen sich ready für die erste Session des Tages. Felix, wie sieht es aus? Erster Sprung des Tages, bist du ready? Ich bin nicht ready, aber try my best. Die Jungs sind ready zum Loslegen. Wir starten jetzt mit einem Edit. Viel Spaß. Wir starten jetzt mit einem Edit. Viel Spaß. Die Session an der kleinen Klippe ist beendet. Zum Schluss gab es noch einen kranken Massensprung mit, ich glaube, 8 bis 10 Leuten. Es waren richtig viele. Es war sehr, sehr eng im Landebereich, aber es hat gut funktioniert. Jetzt geht es weiter. Wir machen uns auf den Weg zur 16 Meter Klippe. Es gibt auch ein paar kleinere noch dorten. Aber ja, das Highlight ist natürlich die große. Sascha, sehen wir da von dir auch was? Ich habe mir fest vorgenommen, ein Flip ist von oben wieder zu hoch. Okay, doppel vorwärts halbe. Es sollte drin sein. Und von der kleineren, ich glaube 11 bis 13 Meter, möchte ich einen Backflip machen. Wir sind an der dicken Klippe angekommen. Die Jungs machen sich ready. Es sieht gut aus. Tief genug ist es. Wurde schon abgecheckt. Jetzt gibt es noch einen Warm-up-Jump von der kleineren Klippe. Wie hoch schätzt du die Klippe ein? Was meinst du? Wo sie jetzt sind, ich würde sagen 12 Meter, vielleicht 13 Meter. Felix mit dem ersten Sprung. Sehr schön. Die erste Runde war sehr, sehr solide, Jungs. Habt ihr euch was für die zweite vorgenommen? Ich mache einen Naked Backflip. Den können wir leider nicht zeigen. Okay, was hast du dir vorgenommen? Ein Backflip tatsächlich. Auch nackt? Höher von 10. Nein, diesmal angezogen. Ich würde gerne ein Fliffis machen. Was kommt bei dir? Ich würde gerne nicht sterben. Und ich mache nochmal ein Backflip. Wow, dann let's go. Hey Felix, was machst du da? Oh Mann, also. Du willst jetzt auch von hier springen? Ja, schon auf jeden Fall. Das ist dein höchster Sprung bis jetzt, oder? Absolut. Packst du schon. Und das Ziel dann vielleicht noch die große? Ja, wenn das gut geht, auf jeden Fall. Machst du aber schon einen Auerbach, oder? 2, 3, 2, 1. Seht auch ganz gut aus, oder? Echt stark. Auch richtig schöne zweite Runde von den Jungs und Mädels. Ich bin sehr, sehr neidisch, dass ich nicht mitmachen kann. Jetzt sind wir mal gespannt, was von oben kommt. Ja, ich bin sehr, 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 sehr. Fritz mit seinem höchsten Backflip. Perfekt! Session beendet Jungs, seid ihr zufrieden? Die Session ist beendet, jetzt geht es durch den Urwald zurück zum nächsten Spot, wir haben einen Wasserfall auf der Liste, ein kleiner aber schöner Wasserfall, diesmal werden wir dort das Minitramp aufstellen, das heißt es wird eine kleine Minitramp Session geben, ich schätze 5 bis 6 Meter werden es schon sein, ich bin froh wenn der Weg hier vorbei ist und wir da sind. Altbekannte Location, gerade angekommen am Spot, Tram steht schon, Thomas befestigt, meinst du hier kann man was ziehen? Oh ja, da geht glaube ich einiges, also 6 Meter mit Tram, Sascha wie sieht es aus, willst du den ersten Sprung gleich machen? Ich hau den ersten gleich runter Hammer, gönnt ihr? Jawohl! Ja! 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 Die Session mega gut. Jetzt gibt es so ein kleines Highlight. Wir haben ja einen Kommentar gehabt, Felix macht nur Backflips. Was hast du vor? Ja, ich muss jetzt ein Double Backflip machen. Der Erich hat ihn so geil vorgelegt. Ja! Jetzt muss ich ihn auch einfach machen. Packst du, packst du Junge? Oh mein Gott, ich schlag dich gleich runter, Felix. Ich schlag dich gleich so runter. Felix, ich werde dich so runter boxen. Ja Felix! Felix macht Double Backs, was ist da los? Thomas haut auch einen raus. Einer haut raus, alle gehypt. Jetzt kommt Thomas Double Suki, Benef, haut auch noch einen Double Suki raus. Alter! Jetzt Double Back von Fabio. 1, 2, 1. Gebi Fabio! Oh mein Gott, Alter. Alter Felix, der Bann ist gebrochen. Endlich Double Backflip. Ja, jetzt geht er als nächstes auf 20. Geisteskrank Double Suki. Alter, so schön. Auch fetter Double Suki. Double Back. Double Back super hype this weekend. Der Mann, der alles ausgelistet hat, Erich. Junge. Erich, du hast halt einfach Double Back gemacht, du hast Fliffes gemacht, Suki. Was ist es mit dir los heute? Ja, ich war lang draußen und jetzt ist er Back. Ich würde sagen, besser kann das Video eigentlich nicht enden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen hoch da. Schreibt es in die Kommentare. Abonniert, falls ihr noch nicht habt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Tschüss! Tschüss!